Hallo und herzlich willkommen. Hier geht es um parallele Gespräche bei CompanyFlex. Parallele Gespräche sind eine vertragliche Vereinbarung am Grundpaket. Sie beziehen sich auf alle Standorte, die im Grundpaket eingebunden sind. Es ist also die Gesamtanzahl der Telefonate, die gleichzeitig mit externen Teilnehmern geführt werden können. Telefonate innerhalb eines Grundpakets werden, völlig unabhängig vom Standort, nicht als parallele Gespräche gezählt. Die Zusammenhänge in Sachen parallele Gespräche können in einer Grafik zusammengefasst werden. Telefonate mit externen Teilnehmern belegen jeweils ein paralleles Gespräch und werden mit einer vollen Linie dargestellt. Telefonate innerhalb des Grundpakets belegen keine parallelen Gespräche und werden gestrichelt eingezeichnet. Handys, die mit der Magenta 1 Business Integration eingebunden sind, gelten als intern. Telefonate mit der Cloud-PWX und den SIP-Tranks sind somit interne Telefonate und werden deswegen nicht als parallele Gespräche gezählt. Das gilt unabhängig davon, ob sie als Voice-over-IP-Telefonate oder als GSM-Telefonate, in der Grafik grau dargestellt, geführt werden. GSM-Telefonate über die Mobilfunknummer werden, kommen und gehend, nicht als parallele Gespräche gezählt und gemäß Mobilfunkvertrag abgerechnet. Wird bei abgehenden GSM-Telefonaten vom Handy die Festnetznummer übermittelt, gilt das Gleiche. Die Telefonate werden nicht als parallele Gespräche gezählt und gemäß Mobilfunkvertrag abgerechnet. Werden abgehende Telefonate vom Handy als Voice-over-IP-Telefonate geführt, dann wird ein paralleles Gespräch belegt und gemäß der Cloud-PWX abgerechnet. Ankommende Anrufe an die Festnetznummer belegen ein paralleles Gespräch, auch wenn sie am Handy angenommen werden. Hier nun ein Beispiel. In einem Grundpaket sind drei SIP-Tranks und die Cloud-PWX eingerichtet. Telefonate zwischen sämtlichen Rufnummern, die dem Grundpaket zugeordnet sind, werden als interne Telefonate betrachtet und somit nicht als parallele Gespräche gezählt. Die Telefonate zwischen SIP-Tranks und Cloud-PWX bleiben auch im Homeoffice interne Telefonate und werden nicht als parallele Gespräche gezählt. Erweitert man das Bild um den Mobilfunk, dann werden auch hier die Vorteile deutlich. Telefonate zwischen integrierten Handys und allen Rufnummern des Grundpakets werden als interne Telefonate gewertet und belegen somit kein paralleles Gespräch. Selbstverständlich sind auch die Telefonate von den SIP-Tranks zur Cloud-PWX und den eingebundenen Handys interne Telefonate. Auch sie belegen kein paralleles Gespräch. Für Kunden, die ihre Mitarbeiter häufig mobil anrufen, ist das ganz besonders vorteilhaft. Die alte Welt ist hier ganz klar im Nachteil. Telefonate, die den Standort verlassen, belegen parallele Gespräche, insbesondere auch Telefonate zu den eigenen Mobilfunkkarten. Wird ein Anruf vom Festnetz auf Mobilfunk umgeleitet, dann werden durch einen Anruf zwei parallele Gespräche belegt. Ganz anders MyCompanyFlex. Hier stehen die gebuchten parallelen Gespräche vollständig für Telefonate mit extern zur Verfügung. Interne Telefonate belegen keine parallelen Gespräche. Der Umstieg auf CompanyFlex bedeutet also, dass es insgesamt günstiger wird. Die Einsparung schafft Spielraum für mehr Bandbreite und mehr Collaboration. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.